Wir beide werden heute deinen Tag gemeinsam entspannt ausklingen lassen mit dieser kleinen Meditation. Lege oder setze dich bequem hin. Sorge dafür, dass du nicht gestört wirst. Komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Du nimmst dir jetzt ein paar Minuten Zeit nur für dich. Atme dreimal tief in den Bauch ein und wieder aus. Lasse deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Konzentriere dich dabei aufs Ein- und Ausatmen. So nutzt du den Atem, um deine Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Sollten Gedanken kommen, lasse sie wie Wolken vorbeiziehen. Halte nicht an ihnen fest. Erlaube dir, bei jeder Ausatmung alles loszulassen, was dich beschäftigt. Gib nach außen ab, was du nicht mehr brauchst. Und nun zähle in Gedanken die Dinge auf, für die du heute dankbar bist. Was hast du erlebt? Wen hast du getroffen? Was durftest du fühlen? Positives wie Negatives. Was hast du heute geschafft? Was hast du erreicht? Denke mit Liebe an all diese Dinge. Fühle die Dankbarkeit. Spüre, wie dein Herz aufgeht. Vielleicht wird es auch ein wenig warm im Bereich deiner Brust. Denn dort sitzt dein Herzchakra. Sei auch dankbar für die vermeintlich selbstverständlichen Dinge. Für deine Gesundheit. Für deine Wohnung. Für das Essen in deinem Kühlschrank. Und nun denke noch einmal voller Liebe an die Menschen, die dich heute begleitet haben. Sende ihnen deine Liebe, deine Zuneigung. Und dann lege deine Hand auf dein Herz. Und sage laut oder in Gedanken, ich liebe dich. Und dann komme ganz langsam in den Raum zurück, in dem du dich befindest. Atme noch einmal tief ein und aus. Öffne deine Augen, wenn du soweit bist. Spüre der positiven Energie dieser Meditation nach. Genieße noch für einige Momente die Entspannung. Und genieße dann deinen weiteren Abend. Oder gleite jetzt in den Schlaf.